Musik Gen-Double und willkommen in Teil 3 So Polen, hier füge ich jetzt nochmal Accessoires hinzu Ähm, ändere was an dem Outfit, ja Und hab einen Videotipp für dich Also, bleib auf jeden Fall dran Und schau dir das Video bis zum bitteren Ende an Das Outfit ist jetzt schwarz Soll es aber nicht sein, sondern Rot Besser Ja, ich hab mir jetzt Rot als Grundlage sozusagen genommen Man kann auch weiß nehmen, was man halt besser findet Und da arbeite ich dann gleich noch Ein paar weiße Accessoires mit ein Also, was heißt ein paar? Eigentlich ein Schal Der Schal kommt ganz zum Schluss drum Ich hab rote Ohrringe dazu jetzt passend Und die Nägel ebenfalls rot lackiert Den Videotipp, den ich für dich hab, den möchte ich dir gerne nun vorstellen Mit den Accessoires mach ich dann gleich weiter Und zwar haben wir Sozialpoet mit Nicht vorbei Doch bevor es nochmal im Brunnen fällt Bringen wir dem Kind schwimmen bei So viele Tränen geweiht Gedacht ist mir vorbei Doch es ist nicht vorbei Ich glaub mir, es ist nicht vorbei Denn alles gibt sich mit der Zeit So vieles tut mir leid Wenn du das Video komplett zu Ende sehen möchtest Mit den roten Nägeln Und dann nicht zu vergessen den Schal Ja, weil der ja auch so schön auffällig ist Und auch so ein bisschen dicker Reicht das auch vollkommen an weiß, finde ich Naja, das war's auch schon Wenn du noch irgendwelche Fragen hast Dann schreibst mir einfach in den Kommentaren rein Und ja, ansonsten würde ich mich freuen Natürlich mega freuen Wenn du mir ein Däumchen nach oben da lässt Und das Tutorial auch teilst So, Kuss noch Einen ganz dicken Kuss Bye